Hallo, heute möchte ich euch Lennox vorstellen. Lennox ist zurzeit bei uns Pflege für die Tierschutzorganisation Hands for Paws. Wir suchen für Lennox ein gutes schönes neues Zuhause und deshalb möchte ich euch jetzt mal ein paar Eindrücke von dem guten Knecht zeigen. Lennox ist ein Magierwischler. Er ist fünf Jahre alt, relativ frisch kastriert. Lennox ist zurzeit noch ein bisschen sehr dünn. Wir arbeiten gerade daran, das Ganze ein bisschen zu normalisieren, aber das wird. Wie ihr hier seht, er läuft mit anderen Hunden im Freilauf und auch wenn er an der Leine ist, ziemlich gut. Das funktioniert alles einwandfrei. Wenn wir einem Fremdhund begegnen, dann ist er oft noch ein bisschen unsicher, aber das trainiert sich. Wenn er dann merkt, dass das alles okay ist, dann hat er damit auch nicht wirklich Stress. Er läuft auch im Freilauf mit den meisten Hunden. Bei kleinen Hunden muss man manchmal ein bisschen vorsichtig sein, weil wenn er meint, er könnte da was ausrichten, dann mobbt er auch mal ganz gerne. Emma! Emma! Emma versucht in der Zeit die Situation auszunutzen und zu überlegen, ob man da nicht mal was jagen könnte. Das machen wir jetzt aber nicht. Ja, Lennox sucht ein Zuhause und möchte am allerliebsten Einzelhund sein. Lenny! Lenny, Mann! Obwohl er draußen super mit den anderen Hunden zurechtkommt, ist da drinnen jemand, eigentlich möchte er seine Leute für sich haben und teilen ist da drinnen dann nicht so sein Ding. Da wäre es ihm am allerliebsten, wenn er jemanden nur für sich beansprucht. Wenn er dann zu jemandem käme, dann wäre es toll, wenn es vielleicht eine souveräne, auch nicht zu kleine Hündin ist, damit er die nicht einfach unterbuttern kann. Ansonsten ist er, wie man hier glaube ich ganz gut sehen kann, durchaus jagdlich interessiert. Das heißt, ich würde Lennox jetzt am Anfang noch nicht ableinen. Wenn er aber gelernt hat, wo er hingehört und man da ein bisschen Rückruftraining mit ihm macht, dann kann man den mit Sicherheit auf Dauer auch ableinen, weil auf der anderen Seite ist er auch ein echtes Mama-Kind. Also er weiß, wo er hingehört und das möchte er auch gerne. Er hat offensichtlich nicht allzu viel erlebt bis jetzt, weil alles was neu ist, erkundet er wie so ein kleiner Welpe. Also fliegende Blätter, Gras, plätscherndes Wasser, alles ist als würde er das zum ersten Mal sehen und muss erkundet werden und bespielt werden. Da ist er also wirklich noch wie so ein kleines Kind, obwohl er schon fünf ist. Also wenn ihr wisst, wo vielleicht ein schönes Zuhause für Lennox ist, er ist echt ein treuer Begleiter und er wäre mit Sicherheit ein super Hund. Das war's für Lennox. Das war's für Lennox. Das war's für Lennox. Untertitelung des ZDF, 2020